und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von alles 17 mitten lieben florian wir haben jetzt soweit dass wir nacht haben und ja jetzt auch kartoffeln machen würden warum darf ich noch nicht er wird noch immer noch geht immer noch zu früh bei wie viel prozent denn eigentlich bei 70 ich habe aber die richtige maschine oder kartoffelmaschine die groß das große aber warum kann ich nichts machen ich habe auch das runter gelassen wachstum stufe aber ja wachsen aber ja eigentlich müsste es nein bei wachsen kannst du es nicht abwärten wenn du das abwärten kannst dann steht dann steht da bereit 1 gedauert ist doch noch dann klappe ich mal alles zusammen dann klappe ich mal alles zusammen steig hier aus dann pflege ich mal mit der drohne warum fliegt jetzt nicht auf welche taste muss ich drücken dass die fliegt linke maust die 30 nicht doch acht liter ach ja jetzt ich habe das automatisch starten ja nicht hat die auch eigentlich nicht würde mich wundern nehmen aber ich glaube nicht werbe ein bisschen licht könnte man gebrochen jetzt suche ich gerade auch wo bist du eigentlich abgeladen und zurück zum feld hier kann man leider nicht suchen das ist das bezieher aber die kamera text wie das aussieht sei ich mal finde ich sehr interessant von der traune und auf rechts war ja dass man runter fliegt oder ja bist ziemlich dreckig ja ich weiß werde ich auch gleich erstmal waschen wenn ich hier fertig bin warum kann ich nicht schneller h 23 maximal kam h warte ich bin 27 jetzt wurde ich kann nicht 26 aber bin trotzdem langsam als du warte mal ich versuch mal auf dich zu landen warte ne klapp mal stehen klapp mal stehen aber ich versuche es so auf dem führerhaus wenn das geht irgendwo drauf das müsste gehen nein nein mach mal zu mach mal zu geht nicht ach ja warte dann versuche ich mal ein bisschen fahr mal ein bisschen vor jetzt so und dann stehen klein bin eigentlich müsste es gehen ja ich war drauf ja zählst ey wollte eigentlich das stichen klein mal und so auf ja 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 hoffentlich lande genau so How to stop no 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 scottie wir haben ein Problem kannst du mir mal helfen oh nein 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 ich muss einfach hier einmal weh lass mich noch einmal ja hilf oder ganz lieber ja ja ja. whole nicht oder als ob wir hier oben weiter so jetzt müssen aber die kartoffeln gleich bereit sind oder nicht ich versuche gerade mal was zu machen hier kannst du richtig geile mod vorstellungen und so machen mit der drohne und wenn du das haus hast ja so gerade siehst du mich eigentlich ja an die drohen markt ist rei ich muss ich mal sagen die ist schon geil oder ja auch wenn es ein bisschen schwer ist manchmal zu steuern am meisten in der innenansicht da ich mal eine kamera ich habe ihn nach vorne da ist ich schon ziemlich schwer weil du weißt nicht genau wo die flügel sind doch das geht auch nicht die nach unten ist schwerer ich drehe mich jetzt wenn man richtig fliegen kann sagt der der hier mit dem trekking mit retter fährt mal nicht ja und ob sache das schneiden werde ich sauberer ja das wird auch nicht doch kann auch dreckig werden das ist richtig geil mit dem drohne aber ich bin manchmal zu schnell das ist richtig geil mit der ich bin ich habe das ist das übersehenya ja weil du unter mir warst und nicht hoffen hast denn So, Kollege. Was war ein Kollege? Nein. Ach, Mann. Komm, vier und zwei. Was kam? 24 km, komm, geh schneller. Wie viel schnell fährst du jetzt? Ich fahr 27. Ich fahr auf 27. Ich muss aber gleich tanken gehen schon. Tja, ich nicht. Ja, fliegt man mal eine Drohne, die ganz klein ist. Aber das macht trotzdem Bock. Ja. Lohnt sich's zu kaufen. Wollen wir hier irgendwo so ein Teil zum saubermachen? Ja, hab ich schon gekauft. Und wo ist er? Da wo, äh... Da wo, äh... Wie heißt der? Gagelstabler ist. Ach so, okay. Ich lande... Ich lande... Ich lande neben der Tankstelle. Dass man immer auftanken kann. Okay? Mhm. Wenn du die auch mal benutzen möchtest. Aber das mit lenken ist manchmal sehr schwer. Ja. Ich freue mich, wenn ihr ihn so weg dürftet. Das geht eigentlich nicht bei mir. Warum darf ich jetzt nicht tanken? Rassismus an der Drohne. Hast du was gefunden? Was hab ich gefunden? Ja. Um sauber zu machen. Ja. Alter. Sofort neun Liter. Acht Euro kostet das. Als ob das Treistoff hat. Das hat deine Batterien. Ja. Wie willst du da was zu geben darfst? Ja, ich weiß. Das war auch schwarz gemein. Und wie viel... Wachsend. Ich glaub das dauert. Ja, habe ich auch das Gefühl. So, dann... Fliegen wir doch noch mit der Drohne. Dadadadam. So, medisch was wir sauber. Bewegen wir es... Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Steigen? Steigen? Hast du... Wie viel Prozent ist denn eigentlich das voll? Was? Hier der Mähdrecher. Gar nicht. Ach, hast du es schon abgeladen? Ja. Ja. Ey, da... Lauf mal... Lauf mal nochmal, bitte. Und fahr mal so... 20 mal. Ich mach das Leben von Bauern. nur 20... nicht so schnell! Ich kann nicht so schnell drehen. Aber wenn ich nicht... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja komm! Ich bin mal hier. er das ist so richtig geile du siehe wir müssen die anderen traktoren und so auch weg machen oder wohnen fährst du jetzt im silo also ich hab doch da für den größeren denn denn der wettel dreh dich schneller tone du kannst auf wahn blinker anlage es eigentlich mal ausmachen oder um umleuchte besser gesagt schaffst du das sicher solange dass kein knickgelenk heißt ist alles in ordnung oder solange es kein knickgelenk hat ist alles in ordnung genau was ist denn das eigentlich hier vorne telefonzelle funktioniert ja ich fliegt ja mit der drohne wenn man neues fortbewegen muss ja funktionieren oder ja das sind finanzen was macht das finanzen ist es irgendwie und wie weit ist es mit der kartoffel mach mal die plane zu bitte ja ich bin dabei es sieht richtig geil aus mit der plane von oben schön das zeichen und so alles so macht das let's play mehr spaß oder da dauert noch glaube ich ich kaufe mir da ist man so eine drohne nahe hin nicht weiter die bekommst keine spaß nur drohen aber ja sonst erstmal nichts kaufen warte mal ich komme mal wo du willst wo die drohnen sind ab nach dem norden alles klar die backt jetzt drin was backt die drohne ja warum wieso also ich habe schon zwei liter weder werk zwei liter weg wo bist du möchtest du meine ich krieg da schon gefixt wir müssen die sachen hier auch mal weg machen ich zieh dich aber gar nicht ach da stehst du denn 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 du musst erst enter drücken wenn du das ja ich drücke die ganze zeit linke maustaste und es geht nicht hoch läuft bei dem gerät mich ist so man Vielen Dank.